Hallo liebe Azubis, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute sind wir bereits bei der 10. Podcast-Folge angekommen. Aus diesem Grunde erwartet euch, wie bereits angekündigt, eine kleine Überraschung in dieser Folge. Ich bin wirklich begeistert, wie gut dieser Podcast bei euch ankommt. Außerdem erreichen uns wirklich viele Nachrichten und Anfragen zu allen möglichen Themen. Daher haben wir uns als Team zusammengesetzt und die Produktpalette ordentlich aufgerüstet. Unter anderem bieten wir nun Einzelnachhilfe speziell für Kaufleute für Büromanagement an. Diese wird wirklich sehr gut angenommen. Wir haben hierbei extrem darauf geachtet, so günstig wie nur möglich zu bleiben und jeder Anfrage nachzukommen. Wenn auch du also Hilfe benötigst, melde dich bei uns. Außerdem haben wir nun ein ganz neues Produkt mit aufgenommen, die Youngstar Azubi-Mitgliedschaft. Folgende Leistungen werden hierbei abgedeckt. Tägliche Live-Calls, in denen deine Fragen beantwortet werden. In dringenden Fällen steht dir eine Hotline 24-7 zur Verfügung, in der wir gemeinsam deine Probleme lösen. Individuelle Nachhilfestunden in Kleingruppen. Live-Webinare, in denen alle prüfungsrelevanten Themen im Detail besprochen werden. Exklusive Übungsaufgaben dank interaktiver PDFs. Klausurvorbereitung. Ein garantierter Platz für den Prüfungsvorbereitungskurs auf die AP1 und AP2 ohne Mehrkosten. Kostenloser Bücherverleih. Ihr müsst also keine Berufsschulbücher mehr kaufen oder euch extra für die Prüfung Bücher besorgen, welche ihr danach höchstwahrscheinlich nie wieder brauchen werdet. Kostenlose Lernkarten. Automatische Aufnahme in den Bewerberpool für den Youngstar Award. Monatliche Gewinnspiele mit tollen Preisen exklusiv für Mitglieder. Ihr fragt euch sicher, was der ganze Spaß kosten wird. 50 Euro monatlich. Zu beachten ist, dass sich dieses Angebot nur an Azubis aus dem ersten und zweiten Lehrjahr richtet, da die Azubis aus dem dritten Lehrjahr ja eh bereits kurz vor der Prüfung stehen und die ganzen Leistungen nicht mehr benötigen. Außerdem bieten wir eine tolle Werbeaktion hierzu an. Für jedes durch dich geworbene Mitglied erhältst du einmalig 10 Euro on top. Momentan haben wir ebenfalls ein Osterspecial am Laufen, bei dem ihr zusätzlich 20% auf die Mitgliedschaft sparen könnt, wenn ihr euch bis zum 11.04.2021 bei uns anmeldet. Toll, oder? Dann melde dich noch heute bei uns an. Alle Infos, wie du die Mitgliedschaft beantragen kannst, findest du unter www.young-star.de. Als wäre dies noch nicht genug, habe ich für alle treuen Zuhörer noch eine kleine Überraschung. Wir verlosen einen Amazon-Gutschein in Höhe von 25 Euro unter allen, die uns auf Instagram folgen und dort unseren letzten Beitrag liken und folgenden Text kommentieren. Ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen. Unser Account heißt youngstar-ug. Die Verlosung endet am 12.04.2021 um 23.59 Uhr. Der Gewinner wird per DM benachrichtigt. Wichtig, du musst 18 und damit einverstanden sein, uns zum Zwecke des Gutscheinversands deinen vollständigen Namen und deine Adresse mitzuteilen. Also schaut am besten noch heute auf Instagram vorbei und nimmt an der Verlosung Teil. So, liebe Azubis, das war nun unsere Special-Folge zum 10. Podcast. Wenn du eine Frage hast, die du in einer der nächsten Folgen geklärt wissen willst, sende mir sehr gerne eine Nachricht zu. Schau mir hierzu auf der Instagram-Seite youngstar-ug vorbei oder sende mir eine WhatsApp an 0160 937 50 967. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid.